Moin Leute, herzlich willkommen zur ersten Minecraft Let's Play Folge. Und wir werden hier gleich richtig schön begrüßt von den kleinen Pferden hier. Und dann würde ich mal sagen, geben wir denen erstmal einen Begrüßungsschlag. Oh, das interessiert sich gar nicht. Es ist gleich. Und wir sind hier in einer sehr schönen Umgebung, muss ich schon mal sagen, gelandet. Mit den Pferden, den Bäumen. Die ich noch nicht kenne, diese Bäume. Das ist anscheinend ein neuer Punkt in Minecraft. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Kann ich nur empfehlen, das Spiel im Moment. Sag mal, wie viele Tiere sind denn hier? Ich glaube, dass wir sogar hier bleiben sollten, weil das sieht echt hübsch aus. Erstmal das. Dieser kleine Wassertümpel, den können wir ein bisschen schöner machen. Ich habe direkt Visionen, als wäre ich einfach ein scheiß Architekt. Kann man jetzt hier nochmal... Oh, ne, das ist ein Screenshot. Hä? Ah. Ich habe natürlich hier auch meinen Boss-Schweineskin. Und ich glaube, ich habe hier auch gar keine... Doch, da sind meine Komparen da hinten. Die können wir auch gleich mal besuchen gehen. Und nochmal... Erstmal guten Tag sagen. Ich muss erstmal hier wieder groß machen, das Bild. Moment. Direkt hier die Probleme. So. Äh, hallo? 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 Ah, so. Da sind wir wieder. Die Welt muss hier auch erstmal natürlich erstmal ganz auf... Sich aufbauen, deswegen... Könnte das am Anfang sein, dass das ein bisschen rumbleckt. Oh, hier ist gleich Kohlen. Das ist sehr schön. Also, mir gefällt diese Landschaft hier echt gut. Da hinten ist Meer. Da ist so diese Baumgegend, denke ich mal. Hier sind so Berge. Vor allem auch mit diesen coolen Bäumen, die wir eigentlich auch haben. Und hier sind übelst viele Tiere. Wir können echt Farmer spielen. Hat auch hier meine Bros, ne? Wenn wir hier eine Bro-Fist geben. Bro! Oh, mämme. Nein, den hat nicht. Also, sieht schon mal vielversprechend aus. Und hier noch ein kleiner See. Und da, hier sogar mit Fluss. Oh, Mensch. Und eine Schlucht. Oh. Ui. Also, ein echtes Paradies hier für mich. Da würde ich auch gar nicht lang... Warte mal, was ist das für ein Baum? Ist das Gummibaum? Warum wird das nicht angezeigt, was das ist? Ich baue das erstmal ab. Ich habe Minecraft bestimmt drei, vier Jahre nicht mehr gespielt. Was ist denn das hier? Akazien! Das ist doch so Akazien aussehen. Das sind doch so diese... Na gut. Das ist Minecraft. Das ist alles mit Block. Akazien sind doch die... Mit diesen dünnen Ästen und diese ganz leichten Blätter. So ein bisschen so wie Fichten, glaube ich, sehen die aus. Oder allgemein wie Nadelbäume. Ich glaube, es ist ein Nadelbaum. Ich voll depp. Trotzdem finde ich das echt hübsch, muss ich sagen. Also, der Baum gefällt mir. Ich hoffe, wir kriegen hier Sesslinge raus. Aber ich schnaufe mal hier nicht so laut, du. Ja? Herrgerd. Herrgerd. Herbert Mensch. Was hat meine Sabbel hier? Ich rede hier mit meinen Freunden. So. Ich würde mal sagen, wir machen uns hier mal... Wir machen mal ein paar Bretter hier. Und brettern wir immer alles zu. So, wir machen hier nur Webbonk. Äh. So. Zack. Ähm, was soll ich denn machen? Genau. Ich würde mir mal eine Holzspitzhacke bauen. Damit wir hier vorne... Oder hier... Ich glaube, ich muss mal ein bisschen was abbauen können. Na, damit wir mal ein bisschen bessere... Äh. Bessere Sachen haben. Mal ist gut. Wir haben ja gerade erst angefangen. Oh. Direkt hier auch wieder Kohle gefunden. Das nehmen wir natürlich gleich mit. Ich bin ja kein Verschwender. Wir benutzen die... Och, Mensch. Richtiger Fail. Wir benutzen einfach die Holzspitzhacke bis zum Ende. Das läuft schon. Ähm. So, hier. Wir machen mal hopp hier. Zack, zack. Och. Ich soll halt echt darauf hören, dabei zu laufen. Oh, ey. Äh, okay. Ja, das ist echt Karma. Das ist einfach Karma. Einfach Karma, Timo. Bleib einfach stehen und... Hack ab. Ich finde auch, ich habe glaube ich noch nie wirklich Singleplayer gespielt, wo seitdem es die Fäde oder so gibt. Das ist ja schon, keine Ahnung, drei Jahre her. Aber seitdem habe ich nicht mal richtig Singleplayer oder Solo gespielt. Es wird jetzt mal Zeit. Und dann können wir da richtig schön wie Ritterrost mit einer Blechrüstung, naja, Kupfer. Kupfer gibt es ja gar nicht wie Volldip. Einer ehrenwerten Eisenrüstung durch die Landschaft galoppieren. Mit unserem Ross. Und das einfach unsicher machen. Und dann mache ich jetzt nicht mehr. Zack. Ich glaube, ich mache auch einmal ein bisschen mehr. Nehmein. 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 Spitzhacke hier. Und natürlich auch gleich ein Schwert. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich will das natürlich nicht auf Peaceful. Geh mal weg, Fortschritt. Das machen wir nochmal, ne? Oh, ist das ein Baby? Oh, wie süß. Oh. Guck mal hier. Wie heißen doch mal die Babys von den Pferden? Wallach ist ohne, wenn er beschnitten ist. Moment, das müssen wir kurz googeln. Ich frage einfach. Alexa? Äh, Junge Pferde. Wie heißen die? Das weiß ich leider nicht. Ja, gut. Also sie heißen, das weiß ich leider nicht. Hm. Würde ich mal sagen. Hm. Ähm. Ja, das weiß ich leider nicht. Wie geht's dir denn so? Nein. Ähm. Ich glaube, wir bauen uns einfach mal ein bisschen. Ach, scheiß auf die Spitzhacke. Wir holen uns mal ein bisschen. Wie kann ich jetzt auf Inventar? Da. Meine Güte. Wir holen uns jetzt mal ein bisschen Holz noch. Sind jetzt hier ehrlich? Keine Setzlinge rausgekommen? Doch. Ich würde gerade schon meckern. Ist nur einer? Das ist aber, das ist aber mau. Dann müssen wir die auch gleich wieder anpflanzen. Wird jetzt hier auch noch runter einer gefallen. Gib mir mal ein paar mehr Setzlinge, Junge. Hm. Naja. Irgendwann haben wir einen. Die nehme ich auch mal mit. Die brauchen wir, denke ich mal, nicht. Oder die muss ja nicht stehen bleiben. Was ist das hier? Auch Akazien. Okay. Ich glaube, die hier sehen auch eher aus wie Akazien mit diesen dunklen, dunkleren oder brauneren Brettern. Oder eher gesagt trockeneren. Also die sehen einfach trockener aus. Ich will mal hier ein paar Setzlinge haben. Ich finde die Bäume echt hübsch. Einen haben wir. So. Ähm. Den pflanzen wir mal hier hin. So. Ich glaube, ich probiere mal aus, ob Alexa das mal kurz bestimmen kann. Ähm. Da bin ich mir leider nicht sicher. Ja, halt die Schnauze da hinten. Mensch. Ich rede noch nicht mit dir. Mensch. Da rede die mir einfach rein. Ich möchte fragen, ob wir bauen sollen. Naja, bauen. Also hier uns mal so eine kleine Hütte bauen sollen. Ah. Mensch. Das ist mal eine kleine Base oder ein bisschen erkunden. Alexa. Was soll ich machen? Erkunden oder ein Haus bauen? Entschuldigung. Das weiß ich leider nicht. Sage mir. Ja. Alexa. Zufallszahl. Eins oder zwei? Da bin ich mir leider nicht sicher. Äh. Ich will mich verarschen. Ich will gar nichts bauen. Alexa. Helfe mir bei meiner Entscheidung. Eins oder zwei? Okay. Sie geht einfach raus. Dann, ähm. Wird ich mal sagen. Alexa, Markus nicht. Äh. Äh. Dann frage ich einfach Google. Okay, Google. Profil-Fact. Helf mir bitte bei meiner Entscheidung. Eins oder zwei? Sag mir eine Nummer zwischen eins und zwei. Äh. Der will mir auch nicht helfen. Die redet nicht mehr mit mir. Hm. Hm. Naja. Dann entscheide ich jetzt einfach. Wir bauen uns ein Haus, weil es dunkel wird. Oh. Naja. Alexa. Wir werden noch. Viel Spaß haben du da hinten. Ich bin mir leider nicht sicher. Okay. Sie ist sich auch nicht sicher, ob wir Spaß haben werden. Alexa. Willst du mich heute eigentlich verarschen? Ich bin vollkommen ernst. Außer natürlich, wenn ich Witze erzähle. Ja. Gut. Dann, das war es mal wieder komplett. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr sie hört. Ich hoffe mal, dass ihr sie hört. Ähm. Aber. Sonst muss ich sie mal hier in meine Nähe beim nächsten Mal stellen. Ich glaube, wir bauen sogar einfach hier oben. Hier ungefähr. Weil das doch eigentlich relativ schön ist. Oder hier vorne? Hier vorne war ich ja noch gar nicht. Muss ich mal gucken. Hier mit dem Wasser. Doch. Das bockt. Hier ist gut. Hier. Oh. Ich baue jetzt hier einfach erstmal. Oh. Na gut. Dann ist da die Tür. Ich baue jetzt hier einfach erstmal. Ein kleines. Heute. Ein Hütchen. Dass wir immerhin. Eine Mau und eine Wand haben. So dass die. Pupus Zombies nicht kommen. Können wir ja schon mal ein bisschen hier auf. Bisschen architektisch. Oder architektonisch. Ein bisschen hier. Bauen. So. Zack, zack, zack. Muss jetzt mal ganz schnell gehen. Scheiße. Ich habe nicht genug Holz. Das ist jetzt. Ähm. Belastend. Das ist jetzt. Höhöh. Schnell. Nein. Das ist schon ein Zombie. Äh. Ein Skelett. Den baue ich morgen weiter ab. Tschüss. Tschüss Skelettie. So sechs Stück. Das wären 32. Äh. 32. Moin. Alter. Ich kann nicht mehr rechnen. 24. Ach. 32. Alter. Schnelltür. Äh. Schnelltür. Ja. Ach so. Das hat mir geändert. Stimmt. Dann kriegen wir gleich drei Türen raus. Brauche ich ja absolut nicht. So. Dann können wir mal ein paar Fackeln hier nochmal gleich. so acht Stück an der Zahl. Dann batzen wir die hier einfach mal hin. So. Ach ne. Nicht oben rauf. So. Und hier vorne. So. Und dann würde ich mal sagen. War es das schon mit der Folge? Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt. Wir erobern die Welt. Mit Alexa. Tschüss. Alexa. Sag tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss Jungs.